Die Baumaßnahmen an der neuen Nordanbindung des Knotens Leipzig laufen seit 2012. Wir haben auf einer Strecke von insgesamt 10 Kilometer zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Wideritsch im Norden von Leipzig insgesamt 50 Kilometer neue Gleise verlegt. Wir haben 150 neue Weichen eingebaut und wir haben mehrere Eisenbahnüberführungen erneuert, sodass also die Bahnanlagen jetzt auf diesem wichtigen Nordabschnitt komplett ertüchtigt sind und dem Stand der Technik entsprechen.